ja guten morgen ja heute ist dienstag zweiter tag gesang gestern haben wir ja dritter tag gesang mehr oder weniger also wir haben sonntag hier schon angefangen mit soundcheck und haben daher eine nummer beziehungsweise zwei nummern fertig gekriegt und gestern drei meine stimme hat dann versagt ich bin da wohl nicht so richtig im training und habe auch meine gesangstechnik verändert versucht mehr aus dem bauch zu sehen und nicht so sehr zu pressen und so und da geht das auf jeden fall mehr auf die stimmbänder und dann singe ich halt relativ hoch und dann aber volumieuse aber ist halt eine umstellung deswegen war ich gestern dann stimme war noch da aber ich habe dann auch nichts mehr gehört und habe die töne nicht mehr getroffen also fand ich ganz deprimierend muss ich sagen und dann haben wir halt gestern beschlossen so wie damals hier als wir angefangen haben mit dem schlagzeug da wollte der maria unbedingt einen machen aber es hat einfach nicht mehr gepasst war nicht tight genug und am nächsten tag mit frischem elan war es dann perfekt geworden und mit den gitarren hat man das gleiche dass das dann einfach irgendwann das gehirn nicht mehr richtig arbeiten kann weil man die ganze zeit ja mehr oder weniger konzentriert an den songs arbeitet und und auch noch kreativ dabei ist wenn man hier und da noch was verändert oder was was verbessert und so weiter und so fort und irgendwann da hat man die ganze zeit kopfhörer auf und dann immer beschallung die ganze zeit und dann hat man irgendwann kriegt man das nicht mehr so koordiniert die töne zu treffen jetzt bin ich heute morgen habe ich ein bisschen halsschmerzen komischerweise wobei ich die ganze zeit immer schall trage und so und versuche mich nicht zu unterkühlen das geht bei dem herbstlichen temperaturen die wir mittlerweile haben relativ schnell kennt ihr ja alle erkältet und so und heute morgen bin ich auch ein bisschen bisschen angeschlagen fühle ich mich jedenfalls habe von heiß geduscht meine nasen mit salzwasser ausgespült so mehr salz mäßig das macht die nase ein bisschen frei hört man jetzt noch nicht habe mich ein bisschen warm gesungen ein bisschen gymnastik gemacht der ganze körper ein bisschen mit bewegung kommt und dann hoffe ich sehr dass sich das verschieben auf heute gelohnt hat und ich gleich die töne treffe und und geile versionen singe und da müssen wir noch fünf nummern fertig machen da heute ganz tag zeit zu morgen auch noch im zweifelsfall und dementsprechend sage ich jetzt mal tschüss ihr wisst wieder was los ist und ich melde mich wieder ciao